War da was? Die Webers wohnen am Stadtrand und in der Nachbarschaft ist schon wieder eingebrochen worden. Das passiert in Deutschland im Schnitt alle drei Minuten. Einbrecher nutzen schon kurze Zeiten der Abwesenheit. So richtig sicher fühlt sich Familie Weber zu Hause deshalb nicht mehr. Aber soll man deswegen jetzt gleich das Eigenheim zur Festung machen? Onkel Theo wohnt im City-Apartment und macht sich über Einbrüche keine Gedanken mehr. Seine Wohnung ist seit ein paar Tagen mit einem Sicherungssystem von Lupus Electronics geschützt. Eine Alarmanlage? Während Vater Weber noch überlegt, hat Tochter Tonja schon recherchiert. Das Lupus-System ist nicht nur ein vernetztes Alarmsystem, sondern verwandelt das Haus auch noch Stück für Stück in ein Smart Home. Hört sich gut an, ist günstiger als gedacht und ganz einfach installiert. Endlich rundum geschützt mit dem Alarmsystem von Lupus Electronics. Außerdem stellen die Weber's fest, ein Smart Home ist richtig praktisch und mit Lupus Electronics sind auch die Daten geschützt. Alle Informationen werden nur in der Lupus-Steuereinheit gespeichert und bleiben damit immer im Haus. Anders als die Weber's, die jetzt auch aus der Ferne über Smartphone das Licht ein- und ausschalten, die Jalousien steuern und Alarmmeldungen empfangen können. So ist man auch unterwegs, immer zu Hause. Alarm einschalten, Tür zu und ab in die Ferien. Das Lupus-System regelt alles Weitere auf Wunsch ganz von selbst. Das Herauf- und Herunterregeln der Heizung, die Beleuchtung, sogar das Abschalten angeschlossener Elektrogeräte. Und mit der Videoüberwachung per Smartphone ist die Familie jederzeit im Bilde, was sich daheim so tut. So stellt Frau Weber gerade beruhigt fest, dass nicht nur das Zuhause, sondern auch die geliebten Zimmerpflanzen in bester Verfassung sind.